Hallo liebe SCP-Fans, mein Name ist Marcel Nceng. Ich bin Neuzugang, war aber schon einmal hier, einige wissen das. Für die, die das noch nicht wissen, ich bin normalerweise auf der rechten Außenbahn zu Hause, habe schon einmal hier vor ungefähr neun Jahren eine sehr schöne Saison erleben dürfen. Den frühen Klassenerhalt in der zweiten Liga geschafft haben wir zusammen alle. Ich freue mich natürlich jetzt meine Qualitäten einbringen zu können, wieder aufs Neue, vielleicht aus einer anderen Position heraus. Ich habe bis jetzt ein bisschen was gesehen von den neuen Strukturen im Verein. Ich bin sehr, sehr positiv gestimmt auf eine erfolgreiche Saison mit der Mannschaft und natürlich auch mit euch, dass wir gerade in Heimspielen auch wieder eine Festung sein werden, um dementsprechend auch Siege einfahren zu können. Und dann wollen wir sehen am Ende der Saison, wo wir stehen und was alles möglich ist. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.